Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Manch einer kennt das Problem, man schaltet das Gerät ein, hat die Wäsche reingepackt, will auf die Starttaste drücken. Entweder ist sie, wie bei diesem Modell, gar nicht verfügbar oder man drückt drauf, das Gerät startet nicht, weil die Tür nicht verriegelt. Um die Türverriegelung zu wechseln, öffnet ihr die Tür und ihr müsst den Faltenbalk entfernen. Um den Faltenbalk ist noch ein Spannring, der ist bei diesem Modell mit einer Feder auf der linken Seite gesichert. Manchmal ist die Feder auch im unteren Bereich. Ihr hebelt mit einem Schlitzschraubendreher unter die Feder und danach könnt ihr die Spannfeder komplett abziehen. Wenn ihr die Spannfeder entfernt habt, zieht den Faltenbalk etwas weg, so dass ihr von hinten an die Türverriegelung kommt. Diese Türverriegelung ist nur mit zwei Rastnasen gesichert, die drückt ihr rein und schiebt sie nach links. Danach kann man sie entfernen. Es gibt auch noch Modelle, wo die Türverriegelung geschraubt ist. Als nächstes entfernt ihr die Stecker von der Türverriegelung. Bei diesem Modell ist noch eine Notentriegelung, die fädeln wir später wieder ein. Also zuerst den Stecker entfernen von der Verriegelung und danach kann man die Verriegelung im Ganzen herausnehmen. Dann entfernt ihr die Notentriegelung. Wie gesagt, die fädeln wir nachher wieder in das Gerät ein. Ihr nehmt die neue Verriegelung, bringt die Notentriegelung wieder an die dafür vorgesehene Rastnase an, schiebt die Türverriegelung wieder in das Gerät, steckt den Stecker auf, danach rastet ihr die Türverriegelung in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Ist die Türverriegelung eingerastet, nehmt ihr euch die Notentriegelung in die Hand und führt sie im Inneren des Gerätes wieder in die vorgegebene Führung. Zu guter Letzt wird der Faltenbalg wieder richtig auf die vorgesehene Nut an der Waschmaschinenvorderseite gesetzt. Achtet darauf, dass das wieder alles richtig sitzt. Dann nehmt ihr euch die Spannfeder, führt sie auf der linken Seite, da wo die Feder vorher saß, wieder hin. Am besten mit einem breiten Schlitzschraubendreher, dort die Feder etwas fixieren. Ich mache das immer mit dem Knie und mit einem schmaleren Schlitzschraubendreher hebelt man langsam um den Faltenbalg diese Feder herum, bis sie richtig in der Nut sitzt. Achtet bitte darauf, dass ihr mit dem Schraubendreher keine Kratzer am Gehäuse macht, das kann passieren, wenn ihr ihn zu weit hinein steckt. Das letzte Stückchen geht etwas schwieriger, aber wenn man das ein-, zweimal gemacht hat, ist das kein Problem mehr. Nachdem auch die Spannfeder wieder auf dem Faltenbalg sitzt, macht ihr einen Probelauf, ob alles wieder funktioniert. Weitere Informationen bekommt ihr auf meiner Homepage waschmaschine-kaputt.com Wenn ich euch mit dem Video helfen konnte, wäre es schön, wenn ihr meinen Kanal abonniert und einen Daumen nach oben da lasst. Das ist ein bisschen, wenn ihr habt, dass ihr wisst, wenn ihr euch mit dem Video helfen könnt. Vielen Dank.